Es gibt ein wunderschönes Bild für Weihnachten aus der Natur, die Christrose. Sie blüht als einzige Blume im kalten Winter. Erstaunlich, wie der Schnee um sie herum schmilzt, sie setzt Energie frei. So wie sie mitten im Schnee blüht, so kommt Gott in die kalte Welt. Er wird menschlich, er kommt vom Himmel herab und zeigt Liebe in dieser Welt. So zeigt er uns, wie wir leben können, ohne hart und kalt zu werden. So können auch wir menschlich werden, immer wieder neu einander zuhören, uns öffnen, guten Duft verbreiten in unserer Umgebung, einander respektieren, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. So kann Friede werden, mitten in der kalten, harten Welt. Und so braucht uns Gott. Ich wünsche allen frohe und friedliche Weihnachten. Gottes Segen im neuen Jahr.